Guck mal Fiona, ich habe meine Schafherde wieder gefunden. Ich gehe mal ein bisschen näher ran, aber sie begrüßen mich schon. Oh guck mal, wahrscheinlich haben sie Durst oder Hunger oder, oh guck mal ein ganz kleines. Ist ja noch ein ganz kleines, was ist denn das? Guck mal, das friert ja, oder? Ist ganz, ganz klein, ja die ist kleine, guck mal hier Fiona, ein Baby, ein Babyschaf, ganz kleines Babyschaf noch, ah ja ja, das sieht aus, als ob das ein bisschen friert, aber die Mamas sind ja da, ne, ganz viele, guck mal hier, hier sind ganz viele, die noch hier aufpassen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, ich kann die gar nicht zählen, ich mache das mal ein bisschen größer wieder so, dann siehst du das besser hier, die ganze Wiese, so ein Olli hier vorne und wahrscheinlich haben die gedacht, ich bringe irgendwas zu fressen, aber ich bin ja nicht der Bauer. Können wir das machen, die Schafe immer gerne. Sie ist scharf, dieses Schaf hier, das sieht so aus, das könnte sein, dass das noch ein Baby kriegt, ne. Ich muss noch mal ein bisschen das kleine angucken, das kleine hier, guck mal das kleine, will das auch aufstehen, oh, guck mal das kann auch schon aufstehen, oh, so lange Beine, das ist bestimmt ganz, ganz jung noch, da steht da so mit den langen, langen Beinen, das habe ich auch noch nicht gesehen, boah, guck mal, das ganz kleine, hat noch gar nicht viel gefressen, glaube ich, sieht noch ein bisschen hungrig aus, aber da jetzt findet was ein bisschen Gras, knabbert da, ach wie süß, ja, es gibt nur ein einziges kleines, mehr sehe ich ja nicht jetzt. Jetzt guckt die, wo die Mama ist, ja, da ist keine Mama, ja, Fiona, was der Opa immer, der Opa Jens immer alles so findet im Wald, ne, ja, 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 das kleine da hinten, da hüpft es rum, hat das lange Beine, wei, 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 ja, wirklich. Ah jo, aber es friert nicht mehr, guck mal, es läuft ein bisschen, schön in der Sonne, alles gut, geht jetzt sogar in Schatten, ne, guck mal, unter dem Wagen ist auch noch, ein Schaf, das hat gedacht, da unten ist es nicht ganz so warm, ne, haha, ja, die sind schon lustig, die kleinen hier. So, ihr Schäfchen, Gipfern acht, der Opa Jens muss sich jetzt wieder auf den Weg machen, es gibt noch mehr zu gucken. Tschüss, Fiona, heißt der Fiona, haha, noch drei sind da, jo, tschau, tschau, tschau. Musik Vielen Dank.